...angestochen. Heute, exklusiv hier in Bayreuth, gibt es die Premiere. Ihr seid alle live dabei. Ihr könnt zuschauen, wie das Fass platzt oder es funktioniert. Es ist in jedem Fall geschichtsträchtig. Vornehmt euch schon mal drauf, er freut sich. Er kam aus dem Urlaub, gesagt, mach ich. Habe ich gesagt, wunderbar, so machen wir es. Ich möchte aber noch ein Thema loswerden. Und das ist am Sonntag, ihr wisst es, ihr habt es in der Zeitung vielleicht gelesen, wir haben ein AfD-Sommerfest auch, wir haben als alle demokratische Parteien ein Gegenbündnis angemeldet. Ich möchte euch hier noch mal dazu einladen, mit uns eine Alternative für die sogenannte Alternative zu bilden. Ich glaube, das ist wichtig. Uns geht es nicht darum, da zu brüllen. Es geht uns nicht darum zu sagen, wir dürfen nicht reden oder das ist ein Problem. Uns geht es darum zu sagen, ihr könnt ja reden, aber das ist nicht die Mehrheitsmeinung, sondern die Mehrheit steht über, die Mehrheit ist für ein retoffenes Land. Die Mehrheit ist deutlich zivilisierter, deutlich netter, als ihr das darstellt. Und dazu lade ich euch heute hier alle ein, dass ihr kommt. Vielleicht ist es immer möglich.